Hallöchen! Ja, was ihr hier seht ist die neueste Errungenschaft, der neue Käfig. Zum einen super notwendig aufgrund einiger Gegebenheiten in den letzten Wochen, zum anderen natürlich ja auch einfach ganz normal, super schön für die Tiere. Ich weiß nicht, wie man das ausdrücken soll. Ich hatte ihn jedenfalls gesehen und ja, das ist er halt. Ist halt sehr viel größer als der andere Käfig, auch um einiges höher. Da oben ist noch ein bisschen Chaos jetzt, weil natürlich unten der Platz jetzt gefehlt hat. Muss man sich eben ein bisschen umorientieren. Dieser Käfig besteht aus zwei Käfigen. Viele sind handwerklich begabt, können sowas selber machen. Da geht es hinunter in den zweiten Teil. Das Ganze ist mit einer Klappe verschließbar. Und zwar hatte das folgenden Hintergrund. Da wird gerade geknuspert. Wir haben ein paar Mehlwürmer. Aber ich glaube, es ist ein Stück Gurke. Schauen wir mal. Fokussieren wir auch. Damit wird das Geräusch. So klingt das, wenn einem eine Gurke schmeckt. Oh, oh, hallo. Hallo. Verdammt. Wir wurden entdeckt. Wir wurden entdeckt. Okay. Es war halt auch, wie gesagt, aus anderen Gründen notwendig. Da ist eine offene Walnuss. Und zwar scheint es so, dass sie zwei älteren Herrschaften sich hin und wieder gar nicht mehr leiden können. Und zwar, ja, leider ziemlich extrem dann in dem Moment. Also unser Fleckchen hier, sprich der kleine Knirps, der damals ja so arg krank war, behandelt werden musste. Und dann sein Fell, was ja auch damals sehr mitgenommen war, mittlerweile aber wirklich fast vollständig nachgewachsen ist, wurde mehrfach total zerbissen. Und mit zerbissen meine ich jetzt halt schon an Stellen, wo man von einer Tötungsabsicht ausgehen kann. Klingt jetzt ganz schlimm, aber das ist bei den Tieren eben in deren Natur. Das sind eben revierbezogene Tiere. Und offensichtlich, auch wenn sie jahrelang zusammenleben, bricht das hin und wieder durch. Und ich habe so den Eindruck, dass die beiden, je älter sie werden, halt ja aktiver in diesem Bereich tätig sind. Wobei ich sagen muss, er hier ist halt auch wirklich jemand, der dann zurücksteckt. Also er wehrt sich, ganz klar, er beißt auch zurück, aber er beißt nicht in dem Maße. Das heißt, der andere hatte bis jetzt noch keinerlei Verletzungen und ging wohl offensichtlich immer als Sieger aus der Sache heraus. Und das war eben jetzt auch der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich werde da nicht mehr warten, weil ich bin der Meinung, ich bin halt sehr viel außer Haus wegen der Arbeit und dann muss man halt auf Nummer sicher gehen. Denn das heißt, sobald ich mitbekomme, und das bahnt sich Gott sei Dank immer schon vorher ein bisschen an, dass die beiden sich halt zanken, wird eben hier eine Klappe eingesetzt. Und das ist eben das Tolle an diesem Käfig. Und das war auch einer der größten Entscheidungspunkte für mich, dass der Käfig eben separierbar ist. So, und dann haben wir eben zwei relativ große Partitionen, wo sich beide eventuell auch über einen kleinen Zeitraum recht wohlfühlen können. Sprich, das Ganze wird in sich nochmal verdoppelt und dementsprechend Häuschen haben wir überall mittlerweile. Wobei das hier natürlich jetzt kein richtiges Häuschen ist, aber es wird genutzt. Da hinten schläft der andere Krügel in aller Ruhe, der lässt sich da auch nicht bei stören. Und das Teil ist halt super süß, es ist extrem weich. Also muss man dazu sagen, es ist wirklich noch weicher als die Tierchen, auch wenn man sich das kaum vorstellen kann. Und es scheint wirklich enorm bequem zu sein. Den oberen Bereich hat man auch schon genutzt. Hier, wie man sieht, muss ich auch nachher wieder abwaschen. Ist aber kein Problem, das nennt man einen Putzstein. Im Sommer soll der wohl kühlen. Was aber eben auch hier hervorragend ist, das Ganze hier, ist aus Metall. So, das heißt, es ist sehr schön sauber zu halten. Es kann nicht zerfressen werden, was natürlich auch ein Vorteil ist. Was mir an dem Käfig allerdings nachher aufgefallen ist, was ich nicht schön finde, ist die Sprossenabstände. Ich habe hier eben eine rausgenommen, damit man das sehen kann. Die sind sehr groß, größer als bei anderen Käfigen, so vom Standard her. Und die Leiter, das ist jetzt nur provisorisch, denn das werde ich nicht kleben, sondern vernähen. Das heißt also, ich habe zwar Nadeln hier, oh Gott, mein Deutsch, ja. Ich habe Nadeln hier, aber keinen Faden, sonst hätte ich das schon längst erledigt. Allerdings muss ich sagen, dass ich den Tieren irgendwie weniger zugetraut habe, denn die kommen superglader mit. Was ich jetzt gemacht habe, ist, weil halt leider ja die alten Leitern und auch die, die ich nachträglich besorgt habe, habe ich ja noch gar nicht gezeigt gehabt, das waren eben welche mit Sprossen drauf, die sehr viel länger sind, und die habe ich eben an bestimmten Stellen eingehakt, eben an zwei, einmal hier, weil ich ja ein bisschen Schiss hatte, dass die doch segeln. Und auch wenn die Abgründe nicht so tief sind, möchte ich das Risiko einfach verhindern. Und ja, hier. Hier ist allerdings der Punkt, dass die eigentliche Trittleiter, ganz gar nicht, sieht man das hier, sehr steil ist. Also wirklich in meinen Augen viel zu steil. Und das heißt, da muss man entweder über die Zeit schauen, dass man eine Erhöhung findet, oder, ich lasse das so, mir gefällt es nicht besonders, aber es ist halt sehr praktisch für die beiden, denn, ja, so kommen sie hoch und runter. Ja, das Sandbad wurde entdeckt, gestern Abend schon. Das Ganze hier steht erst seit gestern Abend, kurz nach acht. Es war ein sehr langer Tag für mich. Ja, hier haben wir dann eben noch ein Häuschen, das wurde auch schon entdeckt. Allerdings scheint aktuell dieses Gebilde hier das schönste, bequemste, gemütlichste zu sein. Und die zwei verbringen ihre Ruhezeit dort. Das war beim anderen Käfig aber auch so, dass sie halt immer wieder geswitcht haben. Und von dem her, was ich übernehmen konnte aus dem anderen Käfig, ist eben die Ecke. Die habe ich auch vor einer kleinen Weile neu besorgt. Das ist halt, ist ein bisschen schwierig bei diesem Käfig, weil eben die Gitterstäbe etwas anders sind. Aber ansonsten, ja, kein Problem so weit, ne? Ja, dann halt der Holzblock, den haben wir auch aus dem alten Käfig mit übernommen. Nur so als dritt, dass die beiden da halt auch überhaupt hochkommen. Die sind ja schon ein bisschen älter. In diesem Käfig muss man halt sagen, sie haben unglaublich viel mehr Bewegungsfreiheit in sich. Von dem her hoffe ich schon, dass die Klappe zum Trennen der beiden gar nicht erst so notwendig sein wird, weil sie sich eben gegebenenfalls einfach aus dem Weg gehen. Hätte ich den Käfig damals gefunden, hätte ich ihn damals schon besorgt, bin ich ganz ehrlich, denn ich finde ihn toll. Ein bisschen blöd ist halt, du kannst hier keine normalen Regale mehr einsetzen oder Bretter mehr einsetzen, denn das ist eine klappbare Käfigtür, die mit Sicherheit nicht ursprünglich für Tiere dieser Art gedacht war. Denn, ja, es ist halt ein Käfig für sich. Man muss wahrscheinlich mal, uh, das war mein Finger, so, man muss halt wahrscheinlich einmal schauen. Schön ist aber, dass das Ganze einige andere Sicherungen hat, da oben liegt noch ein Glückchen, weil man halt somit diesen Käfig vielleicht irgendwann mal, wenn die zwei uns, ja, naja, verlassen, wie auch immer, dass man dann halt auch schauen kann, dass da eventuell auch andere Tiere hinkommen, denn es gibt durchaus Tierarten, die sich ganz gut merken können, wie so ein Türchen zu öffnen ist und dementsprechend hat man dann eben einmal diesen Riegel davor, diesen Riegel davor und dann halt noch einmal diesen Riegel davor, wobei ich ein bisschen Angst habe, weil der mir, kennt ihr das, wenn ihr so Plastikspielzeug habt oder so, ich habe ein bisschen Angst, dass das kaputt geht, das Gebilde und dann muss man halt echt kreativ werden beim Verschließen. Ist ein bisschen blöd gemacht, aber an sich, ja, ja gut, durch den ganzen Kram, der jetzt aktuell noch draufsteht, der verschwindet dort aber auch jetzt, ist das natürlich ein bisschen laut, was hier abgeht, aber ja, an sich geht das. Also wie gesagt, ich persönlich bin extrem froh, natürlich die untere Klappe kann man jetzt nicht mehr einfach so auflassen, denn der Abstand zum Boden ist sehr gering und ja, das würde dazu führen, dass mich wahrscheinlich jemand in den Zeh beißt. Von dem her muss man halt schon darauf achten, dass wenn man dann halt nicht gerade davor steht, die Tür zu ist. Aber was ich sehr gerne mache, ist den oberen Bereich zur Hälfte auflassen, eben dieser Bereich. Die beiden hocken dann hier teilweise sehr gemütlich, einfach an dem Rand und schauen mir zu. Das hat dann meist etwas Gruseliges oder so, weil wenn man sich dann umdreht, hocken hier an der Stelle dann zwei kleine Türchen und starren dich an. Naja, wie dem auch sei, insgesamt gesehen, es geht allen aktuell wirklich sehr, sehr gut. Ja, sein Laufrad, das ist sein Leben. Ich denke, ich könnte damit einiges am Strom produzieren, bei dem, was der kleine Kerl hier so den Tag über leistet. Ja, ansonsten, die Etagen sind natürlich wieder jeweils etwas anders eingerichtet, damit ein bisschen Abwechslung da ist. Was mir immer noch fehlt, ist halt richtiges Spielzeug für die beiden. Ich finde einfach nichts, was passend ist. Ich meine, für Hamster und so, für sie ganz kleine Tierchen, da gibt es so viele Labyrinter und, oh, wir haben jetzt Löwenzahn gefunden. Aber für diese Tiere in der Größenordnung ist halt sehr wenig da. Und ich habe schon gesehen, viele machen das, die nehmen dann halt zum Beispiel Rollen vom Toilettenpapier und so. Aber das Ding ist einfach, ich habe immer die Sorge, dass sie das nicht nur anknabbern, sondern auch fressen. Und dass das dann im Magen irgendwie sich ausdehnt und zu massiven Magenproblemen führt. Hallo. Hallo, mein Schatz. Guck mal, du bist ein Filmstar. Hallo. Bist du YouTuber? Bist du YouTuber? Bist du das? Und dann bist du, du hast da Zeug in deinem Kopf. Ja. Ne, wie dem auch sei. Also ich habe da wirklich immer ein bisschen Sorge. Deswegen traue ich mich das auch einfach nicht. Und versuche halt alles Mögliche aus Holz zu finden. Wo jetzt auch das Problem ist, weil ich ursprünglich ganz gerne, ähm... Wie ist er da wieder am Umknabbern? Ach so, dunkel hier in der Hecke. Heute ist leider, also es ist echt ein düsterner Tag. Aber gut, es geht im Winter zu. Es wird wohl demnächst fast nur noch so aussehen. Wo das Problem liegt ganz genau, ist halt beim Fressnauf zum Beispiel. Es gibt tolle Dinge. Ich hätte halt gerne so einen Kletterbaumstamm, weil jetzt ist der Platz da, wo man hier so einen kleinen Stamm hinstellt, wo die so ein bisschen drauf rum, drüber und vielleicht auch ein Stück Hochwald klettern können und von da aus darüber springen, wie auch immer. Da ist aber das Problem eben das Material. Und ich bin einfach zu unsicher, weil die beim Fressnauf, das fühlt sich an wie Plastik und es ist halt auch nichts drauf geschrieben, aus welchem Material sich die Teile da, aus welchem die da bestehen. Das ist halt echt schwierig, ne? Aber gut, da wird sich schon was finden. Das Internet ist groß und weit und es gibt viele Länder, die bestimmte Dinge produzieren. Hallo, kommst du uns hier besuchen? Dein Kumpel ist am Schlafen, ne? Ist der am Schlafen? Du bist am Suchen. Hast du was gefunden? Was hast du denn gefunden? Deine Spur? Du hast eine Spur gefunden. Du süße, Kleine. Genug Ehre. Also er ist halt auch der Zutraulichere von beiden, allerdings auch wahrscheinlich durch die Behandlung und so, die wir damals hatten. Aber es ist halt so, jetzt wird er ein bisschen gekuschelt, der andere wird einfach geweckt. Das Ende mit Schlafen. Und jetzt ein bisschen geputzt. Ja, kein Bock. Ja, so sieht das dann aus. Er ist jetzt gerade etwas genervt und da geht es dann schon wieder los. Was ich sagen muss in den letzten Tagen, also es war halt echt anstrengend und als ich die beiden gestern Abend eingesetzt habe und gut, die haben sich erstmal nur über das Riesenrad hierher gemacht, denn das fehlte denen den ganzen Tag, weil ich das direkt neu gemacht habe und natürlich, also egal wie natürlich der Klebstoff ist, das Ganze sollte immer ausdünsten und von dem her stand es halt den ganzen Tag auf dem Balkon. Ja, und dementsprechend haben die sich da total drüber gefreut und haben da wirklich fast eine Stunde nur in diesem Rad verbracht, haben sich gar nicht umgeguckt und dann ging es halt langsam los. Ja, jetzt haben wir doch auch eine Ruhephase erreicht, ja, dann wollen wir langsam zum Ende kommen. Und naja, gut, aber was mir aufgefallen ist, die beiden haben das erste Mal seit langem wieder zusammen gespielt. Also nicht gekämpft, wo ich dann erst schon dachte, oh Gott, nicht jetzt schon, sondern wirklich miteinander gespielt. Und das zeigt mir halt auch, dass es vielleicht lange überfällig war und dass der Käfig dann noch für die beiden einfach auch eine Entlastung bezüglich Stress ist, weil sie sich halt wirklich viel besser auch aus dem Weg gehen können, wenn ihnen danach ist, viel mehr Möglichkeit haben, ja, sich auszuruhen, vielleicht auch mal für sich zu sein. Also ich glaube, das ist für beide schon ein großer Punkt und ja, halt auch wichtig. Aber gut, genug gequetscht, genug gefaselt, das war es erstmal nach langer, langer Zeit. Also den beiden geht es wirklich gut und ich glaube, jetzt noch besser als vorher. Und man ist natürlich immer auf der Suche nach Dingen, Kleinigkeiten. Ja, es gibt ja noch diese Regalbretter, die ähnlich wie die Ecken einfach nur am Rand hinten befestigt werden. Von dem her möchte ich das schon gucken, dass man da vielleicht mal so eine Art Etagentritt hinbaut, dass man dann halt von dieser Etage aus irgendwann hier oben ankommt, genauso wie eben hier seitlich, dass man da noch so eine Liegefläche macht, denn wenn es wieder schöner draußen wird, die beiden lieben es morgens, wenn die ersten Sonnenstrahlen hier durchs Fenster kommen. Leider habe ich ja nicht lange Sonne, für die beiden vielleicht auch ganz gut. Und dann morgens immer nur so ein, zwei Stunden höchstens. Da ist die Sonne ja auch noch nicht so intensiv, dann legen die sich gerne da hin und schlafen einfach mit den Strahlen auf ihrem Fell. Von dem her, da kommt natürlich noch was dazu. Aber ansonsten, wie gesagt, ich bin total froh. Es war für mich echt anstrengend, diesen Käfig aufzubauen, denn er ist höher als ich. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, wahrscheinlich nicht. Aber ja, er ist halt größer als ich. Von dem her, was den Umfang angeht, natürlich auch. Ich bin jetzt auch nicht so, ja, ich bin halt nicht so extrem groß, breit wie auch immer von denen. Das ist echt schwierig für mich gewesen. Aber mein Sohn hat mir letzten Endes geholfen, weil die Etagen separat aufgebaut werden und am Ende nur übereinander gesetzt werden und dann miteinander verschraubt werden. Die Anleitung, die dabei ist, ist leider auch keine große Hilfe gewesen, denn die Bilder waren teilweise so klein, dass man die Unterschiede nicht heraussehen konnte der verschiedenen Gitterstäbe. So, das ist ein bisschen schwierig zu erklären, weil man das Ganze jetzt schon aufgebaut sieht. Aber die hatten andere Füße, die hatten, ja, andere Auflageplätze. Und das war leider aus den Unterlagen heraus nicht ersichtbar. So musste man halt wirklich auf gut Glück ein bisschen bauen. Ich musste einmal wieder umbauen, aber an sich war das Ganze dann, ja, relativ schnell. Das ist vielleicht übertrieben, denn ich habe, nachdem ich von der Arbeit kam, natürlich erst mal Kleinigkeit gegessen und dann aber schon gegen, ich glaube, halb vier oder so angefangen. Das Ganze war halt wirklich erst so um halb acht, acht Uhr fertig. Und dann noch sauber machen, muss man ja auswaschen das Ganze und noch befüllen, die Teppiche zuschneiden, das alles einstellen. Natürlich, die beiden waren in ihrem alten Käfig die ganze Zeit über und da musste man ja gucken, dass man dann halt vorsichtig, wenn die beiden auf einer anderen Etage waren, vielleicht nach und nach auch schon, zum Beispiel das neue Häuschen, was wir geholt hatten letzte Woche und dass wir dann halt die Sachen hier auch noch reinstellen und alles soweit fertig machen, dass die beiden danach möglichst, wenn sie hier drin sitzen, keine Stürmer mehr von außen haben. Was ich hier auch mache, ist, die beiden hatten bisher bei mir einen Trinkspender. Ich habe aber jetzt schon mehrfach gelesen, dass es besser ist für die Tiere, aus einem Napf zu trinken. Also steht dort zentral, nur die beiden halten sich sehr viel hier auf, eben das Schältchen mit dem Wasser, was man dann halt auch mindestens einmal am Tag auskippt und natürlich neu befüllt. Und halt, wie immer, das sieht man jetzt gar nicht mehr, da waren noch mehr die Gurke. Also, die beiden futtern Brotwaage ungefähr eine Gurke, wobei nicht alles gefuttert wird. Manches wird auch einfach nur durch die Gegend getragen, um es zu haben. Aber, ja, darüber nehmen die beiden dann sehr viel Flüssigkeit auf und deswegen wird natürlich auch so kaum getrunken, gerade jetzt, wo es kühler ist. Aber ich denke mal, wenn sie sich bis zum Sommer dran gewöhnt haben, wird es angenehmer für die beiden sein, eben aus einem Napf zu trinken. Wenn sie sich dann gestatten, auch zu zweit, ist es halt leider immer so ein bisschen schwierig mit den Tierchen, weil die halt nicht gerne teilen, was sie haben. Und, ja, und wie ich vorhin schon erwähnte, neu dazugekommen, ein Futter ist halt der Mehlwurm. Ja, weil ich einfach beim Lesen irgendwann auch gemerkt habe, ich habe einige Ersatzstoffe da gehabt, Ersatzstoffe in Anführungsstrichen, weil es waren natürliche Mittelpflanzen eben, aber, ja, es ist eben nicht derselbe Inhaltsstoff und die Tiere verwerten das ganz anders. Von dem her, ja, Mehlwürmer sollten halt schon sein, vor allem jetzt eben in der kalten Jahreszeit. Die beiden sind sehr agil, immer noch extrem viel unterwegs. Wie gesagt, ich schätze sie eigentlich schon fast auf älter als eben fast sechs jetzt. Aber gut, ich bin da kein Profi, ich kann da schlecht entscheiden. Die haben halt mittlerweile schon viele, viele weiße und graue Stellen um die Augen herum. Das sind ja so die ersten Anzeichen dafür. Die Fötchen werden immer heller, das Fell an sich wirkt immer heller und von dem her, ja, man war mal ein bisschen, muss man halt ein bisschen zupacken, was die Nahrung angeht, ein bisschen mehr, ein bisschen besser und dementsprechend habe ich einfach mal, ich weiß gar nicht mehr, wie viel es war, ich habe den einmal hier oben stehen, den habe ich ja anderweitig verwendet, weil ich die Mehlwürmer umgepackt habe, es sind getrocknete Mehlwürmer, muss man dazu sagen, ich wollte keine echten hier dran haben. Es steht gar nicht drauf. Ja, das ist natürlich doof. Es steht halt wirklich kein Gewicht drauf. Das ist ja schade. Also ich meine, es wären zwei Kilo oder fünf Kilo gewesen. Ich glaube aber zwei, weil die sind so leicht, die Dinger, und da sind natürlich eine ganze Menge. Also man sieht das hier nochmal. Sieht man sie? Die sind halt in so einer Box, die gehen auch nicht kaputt, die sind halt getrocknet. Und ja, es ist eklig, muss ich ganz ehrlich sagen. Die ersten Male hat es mich echt über Wünung gekostet. Aber wenn man weiß, dass es dem Tierchen dadurch besser geht, und so bekommen sie hin und wieder einfach mal so eine Handvoll, klingt jetzt übertrieben, weil es ist keine Handvoll natürlich, sondern ja immer mal so ein paar Stück. Das ist halt bei denen so. Also der eine kannte das wohl gar nicht. Der ist auch erst nicht drangegangen, der erste Zeit. Ich lasse sie da auch in Frieden mit, wenn sie nicht wollen, wollen sie nicht. Aber wie ich immer schon sage, man muss den Tieren das nicht zwingend dosieren, denn das tun sie selbst. Wenn man anfängt, denen das wegzunehmen, beziehungsweise nur in kleinen Mengen zu geben, dann haben sie halt immer das Gefühl, oh, ich muss das jetzt fressen, weil ich weiß nicht, wann ich wieder was kriege, und bevor der andere das bekommt, legt man denen aber immer mal wieder was aus, ohne das Ganze als Belohnung zu werten, dann bleibt es halt auch einfach mal liegen, bis irgendwann mal Lust ist, was zu futtern. Und wie gesagt, das funktioniert ganz gut. Dazu kommt, dass wir auch Erbsenflocken besorgt haben. Ich habe auch da positive Dinge im Internet zugelesen. An die Mörnflocken gehen die gar nicht mehr dran. Ist vielleicht auch gut so, wie gesagt. Also da habe ich unterschiedliche Berichte gesehen und gelesen, von wegen gesund, nicht gesund. Wie gesagt, da gehen die gar nicht mehr dran. Wenn man sieht, noch Walnüsse und Erdnüsse zu fressen, die beiden irgendwie nicht. Also in Kenz dabei, sie mögen auch die Schale nicht. Es ist fast so, als wären die angewidert von dem Geruch. Und auch da bekommen sie gerade jetzt im Winter so alle zwei Tage mal so ein Nüsschen, was dann durch zwei geteilt wird. Und da freuen die sich dann halt auch immer tierisch drüber. Wie gesagt, da hinten liegt halt noch so der Rest. Ich knack denen dann die Schale auf und entweder fällt dann schon eh alles raus oder wenn es dann in der Schale bleibt, denke ich denen das so da rein, dass sie sich noch ein bisschen bemühen müssen, um da dran zu kommen. Weil ich denke, dass das für die beiden auch ganz wichtig ist, dass sie nicht unbedingt alles nur auf den Präsentierteller bekommen. Und das Rad halt, das ist das Gleiche wie vorher auch. Da muss man halt schauen, wenn man vorhat, irgendwann mal das Ganze zu separieren, weil es zwischen den beiden vielleicht einfach überhaupt nicht mehr funkt, wie man das dann macht, dann muss ich wahrscheinlich da unten ein bisschen, ein bisschen umstrukturieren und dann kommt da eben auch nochmal so ein Rad rein, wenn ich es denn dann hoffentlich auch nochmal bekomme. Ja, und ansonsten denke ich mal, das war es an diesem Punkt wirklich. Ich glaube, das habe ich vorhin schon gesagt. Es gibt theoretisch gar nicht so viel zu sagen. Es geht halt allen gut, wie gesagt, gerade umgezogen und fühlen sich sehr, sehr wohl. Wie gesagt, das war eine Zeit auch nur ein Krankenbett im Endeffekt, weil, wie gesagt, der eine hat den anderen einfach, ja, nicht ständig, aber wirklich so im Zeitraum, alle zwei, drei Wochen wurde er halt gebissen und zwar wirklich so, dass die Haut oberflächlich beschädigt wurde, sprich er hat geblutet im Nacken, am Hals, vorne, in der Kehle, seitlich. Und es waren halt wirklich Bisse oder Stellen, wo man sagen muss, ganz klar, das war kein Spiel mehr, das war kein Dominanzverhalten, kein normales Dominanzverhalten, sondern das ging schon in Richtung, du bist mir hier im Weg, ich will dich hier nicht mehr haben. Und teilweise war es halt wirklich so eng, dass mit Absprache des Tierarztes dann wirklich schon überlegt wurde, ja, kommt er überhaupt noch mal zu Kräften, weil er dann teilweise nicht mal mehr laufen konnte. Und da entstand eben auch dieses Ding mit der Gurke, dass man dann halt, er hat tatsächlich nichts gefressen über drei, vier Tage, trinken hat er total verweigert, wo man dann halt wirklich dachte, okay, er nimmt Abschied, oder ich weiß nicht, wie man das nennen soll, aber durch die Gurke halt, die hat er dann angefangen, erst abzulecken, kurz drauf dann anzuknabbern, und ja, innerhalb von drei, vier Stunden hockte er dann da auch. Aber das war eben so sein Rückzugsort, dieses, ja, dieser Giraffenschuh. Und, ja, jetzt in einem anderen Käfig sind die da nicht von alleine so groß reingegangen, also, ja, halt schon mal das kannte vom Ausruffaktor her, weil der andere da überhaupt nicht hin wollte. Aber jetzt hier scheint es so das Ding überhaupt zu sein, und die beiden fühlen sich da drin einfach super wohl. Aktuell, ich, wie gesagt, ich gehe davon aus, sie ziehen eh wieder um, wahrscheinlich nach ganz oben, und dann wird der ganze Käfig ruiniert, weil dann wird nämlich von hier und von hier ganz unten wieder alles ganz nach oben verlagert. Dann wird nochmal jede Menge Heu und so wird alles nach oben getragen. Und so soll es dann eben sein, nicht wahr? So ein Zuhause muss man sich ja schön machen. Gut, okay, reicht. Viel zu viel geredet. Ich wünsche euch noch einen tollen Sonntag, sollte das Video heute online kommen. Wenn nicht, hoffe ich, ihr hattet einen schönen Sonntag. Wünsche euch einen tollen Start in die nächste Woche. Weihnachten rückt immer näher. Denkt dran, kauft euch nicht diese Tiere oder besorgt euch nicht diese Tiere, wenn ihr nicht die Zeit und das Geld dafür habt. Denn es ist kostspielig, in Anführungsstrichen, vor allem so ein Einrichtungsding, wie eben so ein Käfig. Der alte hier hat, der kleinere, der hat ja im aufgebauten Zustand beim Fressnapf 225 oder 235 Euro gekostet, damals im März. Damals, ist ja schon dieses Jahr gewesen. Und dieser hier hat mit dem Versand etwas über, ich glaube, 320 oder 340 Euro gekostet. Ich weiß es nicht. Ohne den Versand waren es knapp 300 Euro, meine ich. Ich meine knapp 300 Euro, aber die Versandkosten halber. Es ging über eine Spedition, das ganze Teil ist massiv schwer. Das ist wirklich schwer. Es ist wie gesagt ein Metallkäfig. Und von dem her kostet das natürlich auch mehr. Es waren zwei Pakete. Über Amazon, also wer der Interesse hat, der kann mal schauen. Ich komme im Moment nicht drauf, wie das Modell hieß, aber falls wirklich irgendwann irgendjemand dieses Video sieht, der Interesse an so einem Käfig hat, würde ich natürlich sofort noch mal nachschauen auf meinem Kundenkonto, wie dieser Käfig hieß. Und dann kann er sich den selbst noch mal angucken. Wie gesagt, klarer Minuspunkt sind die Stufen, die gefallen mir nicht, die sind zu kurz. Dadurch wirken sie halt so diese extreme Spreklage. Es geht hier oben noch einigermaßen. Ich meine, ich habe einiges ein bisschen abfedern können, dadurch, dass ich eben hier dann Löwenzahn und alles drunter gepackt habe. Und die Sprossen halt, wo ich mir halt immer denke, okay, die Kleinen, die können sich da mit ihren Fötchen, obwohl sie da wirklich drüber laufen, als würden die das kennen. Also vielleicht hatten sie früher solche Stufen und sind das wirklich gewohnt eigentlich. Aber Fakt ist, man kann das Ganze besser machen, indem man halt diesen Nagerteppich nimmt. Ich habe ja mittlerweile zwei verschiedene. Einmal den, den wir kennen, von Multifit, glaube ich war das. Und einmal einen No-Name-Nagerteppich, den ich auch über Amazon gefunden habe. Das sind sonst so zehn Meter Rollen. Vom Preis her kommt es ungefähr aufs Gleiche raus, muss ich ganz ehrlich sagen. Der ist sehr viel dünner, ist vollkommen natürlich, also ohne irgendwelche Bleichmittel. Sieht man jetzt leider bei dem Licht nicht, aber er hat eine dunklere, grauere Farbe. Der ist sehr schön dafür. Da nimmt man einfach Nadel und Faden und fängt an, das Ganze um die Sprossen zu nähen. Das heißt, das Ganze hat nachher eine extreme Stabilität und eben auch die Tiere können sich da mit ihren Krallen so schön reinkreilen und können da nicht einfach wegrutschen. Das Ganze natürlich wie so ein kleiner Stopper wirkt. So funktioniert das auch, aber so ist es mir persönlich zu riskant, denn es kann ja auch mal sein, dass das Ding da oben runterreißt. Von dem her wird da morgen schon Garn besorgt, am Montag und dann wird da nach und nach das Ganze mal verbessert. Und wie gesagt, unten muss man halt schauen. Der Nachteil ist halt wirklich, dass du keine Standard-Treppen hier einsetzen kannst, weil eben die Löcher so weit auseinander sind, dass es nicht mehr passt. Gut. Okay. Ja, wie gesagt, reicht. Bleibt gesund, passt auf euch auf, achtet auf andere, schützt euch, schützt andere, helft immer mit, wo ihr könnt. Und wir hören uns, sehen uns irgendwann demnächst wieder. Bis dann, ciao.